Ich muss noch ein bisschen Bilder machen. Ja, richtig? Wie wird es auch etwas? Das ist so ein Kerzenzeug, weiß ich. Ich muss da nicht... Ja, man sieht, da läuft es raus, da wird es fischig und da wird was noch unten ist. So oben drauf legen, ich glaube. Ja, ja. Oh, fanden. Und ebenso ein Kerzen und jetzt habe ich einen Kerzen gezogen. Jetzt lang ich auf den Kerzen und herren. Alles gut geht? Ich hab dein Kerzen gezogen! Ganz schön! Ich habe das Kerzen gezogen. Ich habe keine Kerzen. Jetzt hat es eine schöne Sonne, siehst du, jetzt ist es schön, ne? So. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.